Herzlich Willkommen zu ner Runde Obliteration auf Rouge Transmission. Schöne Map. Schöne Map, nur Kacke zum Spielen teilweise. Rush zum Beispiel. Also Rush ist richtig scheiße. Jetzt fällt so ein Squad an. Auf gehts zur Bombe. Die Bombe ist ein Helikopter. Den wir natürlich abfangen werden. Boah. Okay. Ich hab's beide rausgeschossen. Mit drei sogar. Ja ich hab Squadfahrer Hilfe 300 gekriegt. Richtig geil. Dann komm Squadfahrer. Über uns ist ein Buggy. Ich hab' verstehen. Ich hab' ihn getötetet. Okay der ist tot. Oder unten ist einer. Oh ich komm nicht runter. Hm. Da läuft der unten schon entlang aber ich. Hm. Ich schaue zum dritten Winkel. Okay. Hast du gesehen? Nö aber ist umgefallen. Ich hab' ihn getötet. Oh. Bleib halt im Auto. Tut mir leid. Bleib halt im Auto. So ein kleines Kind. Ach da unten ist einer. Nein. Überfallen, komm. Überfallen, überfallen. Ja. Ja du schaffst. Äh. Wo seid's hin? Da so. Doch der Onkler. Onkel Koppel, Dark Hero wieder machen. Fuck. Da kriegen wir aus dem Maul. Sind alle links in dem Gebäude drin. Faust da. Und ins Gebäude rein. Oh nein. Meine Waffe hat keine Müllzirr mehr. Schad. Was kommt davon? Weil ich ständig rumbruch. Okay. Fliegen wir mit dem Heli mit? Der fliegt schon so schräg. Nö. Und da ist auch noch eine andere Flugkoppel. Ja wir passen. Nein. Was? No. Wo fliegt der eigentlich hin? Ich glaube er flieg zurück. Passt schon. Was soll ich jetzt machen? Ich könnte den Quad oder den M-Rap holen. Quad oder M-Rap? Oh. M-Rap. Letzter verbleibende im Heli. Oh. Ja. Okay. Holen wir uns die Bombe. Die wird weiter kommen. Da kommt sie. Hast du sie? Eine habe ich. Let's drive. Auf geht's du hast die Bombe. Äh. Oh. Oh. Ich habe gerade einen runtergeschossen. Hast du noch einer? Da muss einer sein. Bleib nicht stehen. Kümmer dich nicht um sowas. Doch. Da ist die Bombe. Wir fahren lieber gleich zu A. Ja. Weit kommen wir nicht. Nee. Wo sind A? Oh da kommt der Heli sogar schon. Nein. Auf dem Platz. Und die Bombe entlegst sie. Was geht da gerade ab? Ich sehe nur so Fahrzeuge durchs Bild fahren. Lebst du noch? Nein. Nicht mehr. Ich habe 100 Punkte für Bomben aufheben gekriegt. Ja. Da kommt dann gleich alles an. Brutal. Das sah ganz so geil aus. Überall. Ja. Und das hier. Oh ja. Unserer. C4 in C4 in C4 in. Ich habe Slams. Das tut. Ich habe sie gelegt. Ein Heli. Der Heli. Man könnte in einem Heli einsteigen. Oder der andere Typ. Weil er die Flugabwehr zerlegt. Ist noch nicht schlecht. Ich weiß nicht wo ich jetzt spawnen soll. Ich bin über der Bombe gespawnt. Das ist schon mal nicht so schlecht. Boah. Meine. Ha. Ich habe sie. Oh ja komm. Dass ich mitfahren. Boah. Prächtig nice. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Das haben wir immer mal probiert für ein Video. Aber es hat wie geklappt. Ne doch. Irgendwann hat es schon geklappt. Aber bei uns. Aber die spielt uns beiden. Parasal Storm Tutorial. Ja stimmt. Ich bin da mit jemand anders mitgeflogen. Ja ich bin ja im Schützengraben. Im Schützengraben gelandet. Das ist so geil. Ja so ein Tutorial zu drehen ist gar nicht so leicht. Wo fliegt der Helden? Ich frags mich grad auch. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht außen rum zu fliegen aber. Oh raus raus raus. Oh jetzt bin ich natürlich mitten im nirgendwo. Ich bin ja nirgendwo. Ich bin ja wieder da. Ja und auch noch ein Enemy Vehicle. Das kriegt mich auch noch. Alles für'n Arsch. Jetzt steckt ja ein Heli ein. Jetzt hol ich mir die Flugabwehr jetzt rechts mal. Wenn es so weiter geht Dennis. Heli kommt sogar gleich her. Da geh ich mal stehen. Hm. Wieder hinten zur C. Raus gesprungen. Oh. Schieß doch. Boah oder was krieg ich jetzt dazu drauf. Oh ein Chat. 14% super noch. Scheiße 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 scheiße. Okay. Die wohl mögen mich gar nicht. Boah da kommt die feindliche Flugabwehr. Oh da kommt die feindliche Flugabwehr. Die sind ganz schön auf Zack hier. Meine Fresse. Ich treff sie nicht. Ja lad doch nach. Wo ist er. 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 Ja wie kann ich so gut verstecken da. Dass man die nicht trifft. Das gibt's ja nicht. Jetzt hat er. Ja okay. Abgestoppt. Ah. Ah scheiße. Nein. Da kommt er ja hinten dran. Oh läuft vorbei. Boah da kommt er. Oh nein 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 nein. Ich bin da nicht vorbeigelaufen. Scheiße. Was kommen die denn jetzt noch? Wie wo. Wie kommen die alle so schnell da her. Ich komme an den Flugabwehr, Buggy. Alles war da. Brutzel. Haben wir uns überrannt. ich würde sagen was ich mit der flugkabwehr so schnell fertig gemacht hat ob das die ist der jet war der jet war dass der sie immer über die er im looping gekreist wir sind alle weg hier ist die bombe wieder im heli noch nicht ich weiß es zu verhindern oder aus der rück reingehen nix dagegen da oben hängt einer am fallschirm schreckt zu treffen wo was macht kommt denn die bombe her im moment ist noch auf der satelliten schüssel zählten buggy fährt er glaube ich rein von der geschwindigkeit her abzufangen die fetzen sich auf das sedienten schüssel warum ist da hinten schon ein feind was macht er da hinten bitteschön es ist hier immer noch da wo ich war noch gegen das dünne gegen und da ist also die dünne schüsse gibt es ab ok bis ich dahin gezogen bin ist er schon weg da kommt die flack zu ja ich schieß gerade schon drauf die hält doch ganz schön was aus du na jetzt kommen aber die kann ja nicht mehr drin sein in dem teil wo ist denn der ok ist weg die flack ist weg ich habe gerade nur keine oh da ist die tomahawk genau auf die bombe drauf gefallen ich fahre mal nicht zum bombe auch wenn das recht riskant ist die bombe ist droppt oh du schweckst dir nicht an jetzt muss ich uns ja fast holen die bombe und planten lasst mich wieder meine flugabend an ja ok passt ah ich vergesse den aktivschutz perfekt am aussichtlichen wird immer noch gelockt von wem von wem aktivschutz fliegst du du kleiner 14 jährige junge oh jungs ah nein festgefahren da war ja irgendwo so ein quad 99 ist 14 naja kommt auch an wann er geboren ist ja könnte auch 15 sein kleines kind holst du die bombe den chat möchte ich ganz gerne erwischen der ist ziemlich gut naja und die active rudder sind mittlerweile scheiße ich hätte gerne begleitschutz wenn jemand da hinten sind so flammelös boah ich hab dir nie naja ich hab nur die piloten aus dem heli was ist denn das was da das macht mir 50% schaden was ist denn das für ein teil da hinten bombe ist im heli bombe war im heli heli war in der bombe naja meine flugabwehr ist ich hab's ja geschrottet ich hab mich genug darauf aufgepasst ich weiß nicht was das für ein kackteil da hinten ist ich weiß mich so ein schuss 50% und so auf eine entfernung ein brutal boah das ist ein bild gewordenes quad läuft da rum boah da ist noch einer macht mein blatt, mein blatt sehr schön perfekt hast du ein fahrzeug hast du ein fahrzeug warte da war ein quad ich hol das quad da oben cool hast gleich ein bisschen mehr c4 dran boah naja was ist denn das jetzt da kommt ein anderes quad stecke 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 boah die muss ganz platt machen hier boah das waren zwei drei drei ich hab sie hast du's naja ich werd so besnipet weil dann unsere snipers stehen ja wo ist er drive drive fahrzeug 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 Was machen die da hinten? Kein, was hast du mit mir Heli? Ich muss mir nur die Bombe eingestoppen Es ist wieder ein Heli, ich bekomme den her Gespawnt Was macht unser Heli eigentlich? Ich hab die hatten unseren Ok Da war gleich wieder einer Nein, achso, es war die Flugabwehr Scheiße Das ist so krass, wenn du irgendwo in die Bombe läufst Dann Das ist keine Chance Wo bist du noch Flugabwehr? Geh ich mal bei dem Typen da drauf Wie transportiert sich die Bombe gerade? Quad Oh nein Bis ich geschickt hab, wo er mich Wo er schießt, hat er mich schon Aber ich glaub die ist grad Fallen mir nicht mehr Ich hab grad alles Gemäht Wie viel damage macht die Flugabwehr für so'n LV Amrap Viel Viel Du kannst mich ja vorher mit der Flugabwehr schon die andere Flugabwehr platt gemacht Und ohne Zuni Der Typ fährt genau auf die Äh, fährt hinten rum, wenn er schlau macht, fährt hinten rum Aber er macht's halt schlau Jawoll Ich überleg von ab wann ich bei ihm spawnen soll Jetzt kommt der Chat Ok, der Chat ist down Oh nein Er ist auch down Ich hab früher's... Äh... Wir... Wir brauchen ihn noch Ich weiß auch nicht Ein Panzer, ja gut Gibt's denn überhaupt irgendwas? Alter gab's ja kein LV oder so, ne? Nee Ich weiß gar nicht was ich machen soll Weil die da hinten so rumgurken Chess fliegen kann ich auch nicht Ich hab vorhin keine Chance in die da hinten zu kommen Achso, du steigst mal kurz aus, äh... Wenn du das kannst Perfekt Oh nein Boah Fuck it Von da oben Was, was hat der jetzt ausgehalten? Siehst du da oben bei dem Turm? Oben? Auf dem... Auf dem... Gitter, oder? Mach dich mal platt Boah, ich krieg grad von der... Luca Bärhardt aus's Maul Du musst mitfangen Los geht's Haha, voller Buggy Naja, kein Buggy, MRAP Ja, MRAP ist ein neuer Buggy Da kommt die Bombe angefahren Boah, Flugab erst bei C Holt einer die... Boah Bombe holen Neb, 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 neb Okay, der fährt Silver Moment Hallo, ansteigen Boah, ich hab' die Fluchabwehr Krass, die macht ja heftig Schaden Oula Das ist Alarm Super Die sind noch irgendwo welche zu ein Boah, ich treff ihn nicht Fuck Ich hör' euch mal Die sind schon weg Ist der Buggy noch... Ah, ich kann ihn sogar reparieren Hat sogar wieder 100% Sehr schön Sehr schön Okay Unentschieden Unentschieden Jaaaa Naja Nettes Rundchen Jaaa Kann man so stehen lassen Ja, war schon den ganzen Ort Und vielleicht zum Schluss ein bisschen langweilig Irgendwie, wenn nichts mehr vor euch gegangen ist Ich stand ganz vorne Ja, bloß, nachgezogen Ich konnte nicht so spawnen Bin ich bei dir gespawnt, bin ich gestorben Hab' ich lieber gelassen Aber wir sind die Dominierenden im Team Also... Geht doch Na gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao